herzlich willkommen auf youtube zu meinem single let's play wir sind hier auf der schönen hof bergmann unterwegs und haben heute schon so einiges gelabert aber jetzt geht es erstmal auf holz fällen das ist der plan für heute aber vorher machen wir hier die büsche weg weil mich die beim holz fällen stören so das mache ich über den landschaftsbau pflanzen wenn ich hier gras auswähle dann mache ich das ding jetzt hier mit ein bisschen größer mit der rechten maustaste kann ich hier über solche gebiete gehen und da normalerweise diese sachen löschen diese büsche ich lösche damit quasi alles das was drauf ist sehe ich hier dass ein paar sachen nicht zu löschen sind wenn ich jetzt hier gras drüber mal und dann lösche dann funktioniert es wieder prinzipiell ist es aber auch okay dass hier wäre gras das ist dieses normale gras und das hier ist diese von der hof bergmann ich persönlich viel schicker finde und da wo wir jetzt nachher hier ist jetzt nicht etwas größer wie die wiese die hier noch steht weil die ist jetzt voll ausgewachsen die wiese und das was hier noch steht an an wiese das ist ja schon vom winter angegriffene quasi wachstum zurückgesetzt so jetzt sollten hier keine büsche mehr drin stehen weil ich die quasi alle überschrieben habe hier die am rand die stören nicht aber die da mittendrin die haben mich jetzt gestört und überall so ein bisschen diese zu haben so das war wohl nichts wir sind zu klein zu fällen aber hier bleibt zumindest auch kein stumpf übrig so haben wir die kleinen hast so acht meter kann unser hat unser ding hier laden das haben wir hier acht meter zehn aber vorne spitz ein bisschen ab gut nach ollie und nach stefan so was haben wir jetzt hier 15,5 meter wunderbar 7,7 meter ich glaube so selber nicht oder holzstamm 7,7 meter hier hat man eigentlich gerade umgesenken warum sehe ich den jetzt hier nicht da jetzt sehe ich in den säge länge aber sieben meter ok der will noch nicht umfallen so was haben wir hier 15,5 meter aber jetzt auch wieder schön sieht man ja schön im f1 menü zwei stücke die unter acht meter wird so 15,7 meter nach freunde gute nacht einige wollen ja nicht umfallen und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Opa! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ein sehr alter Mod, dass man das kann. Der Holzfäller. Der Holzfäller Mod, mit dem kann man Dümpfe mit der Säge wegmachen. Und schönen guten Abend, Schnibbel. So, wie lange bist du? 8 Meter. Da war es trotzdem was ab. Ah, das war's. Gehören diese Bäume hier eigentlich auch noch uns? Nur so, kein Interesse halber. Gute Frage. Da sind die Bäume stehen. Hier. Ah, das ist genau Grenze. Genau auf die Grenze. So, lass uns mal kurz gucken hier. Guck mal. Heulager voll. Zeigte er mir ja hier an. Hofkatzen-Nahrung. Steht auch unten. Nur Butter. Butter steht auch hier nicht drin. Wieso steht jetzt, ne? Das war das, was ich eben meinte. Der Heutrockner. Ach so, der steht hier nicht drin, weil Input auch gleichzeitig Output ist. Nur wie kann ich den jetzt ausschalten hier? Kein Platz. Aber er bleibt hier an. Wie schalte ich den jetzt hier aus? Weil solange er hier, ne? Weil er ist ja aktuell aktiviert. Und weil er aktiviert ist, kostet er auch Geld. Der Tag ist ja auch schon wieder fast rum hier, ne? Lamm-Vulkanschnecke. So, dann wollen wir mal alles für den Abtransport vorbereiten. So, dann wollen wir mal alles für den Ab sib Neue denn diese Hörsaalbommern? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.